das ist jetzt ungelogen versuch nummer fünf zufälligerweise wieder die web bis jetzt jedes mal ist die map abgekackt außer dieses eine mal wo wir auf dieser map gespielt haben einfach unglaublich es gibt es nicht und vor allem das lustige ist nee wir spielen keine wikinger hätte jetzt so gut gepasst die die norman im map wir spielen wikinger nee wir spielen einfach cool seid danke sehr ob aber so toll toll guten morgen liebe sorgen gute gegen wir haben keine chance das kann das werden da wie soll mir das schaffen da bin ich jetzt ehrlich habe überlegen wie wir das schaffen sollen vier der mit vier der mit das schafft mir dann bestimmt drei der wilde aber einfach mal meinen bogen benutzen nein lasst doch mich in ruhe lasst mein pferd oder das pferd was zum wer war das da oben rechts das zeige ruhig bleiben ja auf dem billigen platz da hinten jungs macht doch kein selbstwort kommando gottes willen gottes willen vor allem das bringt bei uns eh nicht viel weil wir ja strohschilder jungs jetzt müssen wir aber ein bisschen mit vor dass das wird massager das wird wirklich ein massager das wird wirklich ein massager werden das würde ich das wird wehtun aber gewaltig ähm f3 f5 oh shit f4 die habe ich jetzt voll übersehen ey die habe ich voll übersehen Alter was willst du ey mein ich wohl auch weg mit euch lasst meine Männer in Frieden da wird geredig ich glaube meine Männer oh hilf mir hilf mir allein Männer Männer einfach wild angreifen Männer sag mir der ja ja deswegen liebe ich die Zeit die kann halt echt nichts ich habe schon die schwer gepanzerten klar habe ich die jetzt nicht optimal gespielt ich hätte die jetzt auch gleich in der Angriff schicken können was war denn das ja na komm her auf diesen Speer steht ein Name trau dich nochmal du wirst da Wunder erleben ja Männer wir können eigentlich schon aufgeben ey das ist als Kuhzeiten also Bettainia Bettainia ey soll ich jetzt alleine hier kämpfen Gott ist wen ey das das ist ist over ist echt over komm Junge Müsst du mich alles kaputt machen Chagamon Kea ich bin der Häuptling kommt mit Männer da ist der Feind ha oh ich habe kein ich habe keinen Schmerz aha stifte Verwirrung in den Rhein kommt her ich nehme euch alle ins Gra Satz mit X das nix advanced naja du bist ja auch ein ganzes hübscher zeit und trainier auf dieser web jana das ist ja jetzt gestern nicht so gut gelaufen junge gebt doch einfach auf aussichtslos junge wenn die hilfs muss ich ja das stimmt ja endlich das stimmt echt gut jungs kommt ihr noch wunderbar das wird jetzt spannend aber kriegen wir wenigstens ehrenpunkt verteidigen wir sitzen in einen besseren stammpunkt nicht schießen meine männer burg verteidigen ob er kommt mehr greifen das sei die an können wir jetzt da irgendwas machen zeitlich hinschießen oder der gleiche oder von hinten von hinten können wir was machen wir können halt von von der seite wo unsere freunde kämpfen hat echt null machen da vorne wird die burg belagert vielleicht können wir die jetzt hier ein bisschen aufmischen feuert meine männer ha ha voll ins knie wo werden wir auch steht wir werden die sagt geknallt jungs gibt man ich weiß nicht wie es innen drin steht bei uns g2 f1 f2 kommt mal ein paar meter wieder zurück kommt mal ein paar meter wieder zurück wir lenken die gut ab wir müssen aufpassen dass wir nur nicht von jetzt gechatscht werden gut 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 jetzt jetzt können wir die hinten rein schießen ein bisschen aha habe ich keine munition mehr oh shit das war dumm ja wir sind tot wir sind tot ich kann nichts machen da wurde von hinten überrannt ich habe nur die vorderen einheiten gesehen halt bitte lasst mich doch einfach ich will nicht wieder leicht an ich will keine leiche erzählen ein wenig keine dieses spiel man muss mir allein hier ansehen das macht einen wahnsinnig jetzt kann ich wieder durch switchen habe ich irgendwie eine kamera aktiviert dass ich die ganze zeit nur leichen sehen jetzt ist wieder frei die kamera ich möchte vor mich drückt auch kein knopf aber das verlieren wir das also das leben insgesamt nicht mehr so viele vom gegner aber das werden wir verlieren aber nicht ganz ganz ehrlich ist meine erste niederlage seit lange für mich wieder aber gut zeit ist halt einfach löse gehen ja sie sind halt einfach so schwach da gewinnt man nur wenn wir die andere seite nicht so krass ist also von vom spielen her weil die haben nichts wir haben nicht mal eine einheit wo ein bisschen schaden macht so vielleicht läuft es mir ein paar ein bisschen besser wäre eine tolle sache dann darf ich vielleicht mal spielen so wer ist jetzt auf unserer seite bin ich jetzt mal richtig maschine so ich würde sagen wir starten gleich mal heftig rein ich will die mal ausprobieren weil die habe ich noch gar nicht ausprobiert entweder nehmen wir hier ich bin kein freund von dem wurf sagen entweder machen wir das hier haben leicht berüstung aber ich würde sagen wir machen das hier wir gehen gleich hier steil gut habe ich schon einen verloren glaube nicht sie ist ja auch noch alle gut aus nicht köpfe hängen lassen wir sind das imperium wir müssen macht ausstrahlen hat ohne jetzt sagt ich da den pfeil drin steckt dabei war es nur ein speer von meiner riesen aber ich habe angst davor zu gehen weil wir bleiben für eine entdeckung halten im pfeiler ja ja moin da links ist was was mir nicht gefällt ich sehe was du nicht siehst hey männer blöd was machen wir ich kann nicht vorbeistürmen weil sonst kriegen wir zu viele pfeile ab ja das ist super meine männer kaputt und kaputt und wenn die herkommen voll drauf männer vielleicht auch mal treffen ja vielleicht auch mal eine lösung ja genau gar nix hier also willst du was sind wir wirklich optimal wir haben leider schon ein verluster dich wo es meine männer 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 los 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 loslos sturm 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 los war da heran die näher an der und im c h irgendwas ist hier in letzter zeit wohl wo ich immer hängen bleibt ob mit meiner männer 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 folgt mir folgt mir folgt mir kommt ihr noch gut wir müssen uns hier schnappen das wird es wird ekelig werden das wird ekelig werden drauf wenn er wird gebrüllt hat sie alle nieder ja genau das schlägt nicht mal und trifft mich ja gern gut ja ja die richtigen nach der hinterher in der auf nicht in kommt der uli weg mit ihr alle hinterher junge die rennen beide weg ist voll gemein ja verfolgt ich kann die nicht alleine lassen das ist unfair wissen zu langsam wir sind zu fett ich glaube wir sind allein 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 verdammt die bogenschützen haben uns echt jetzt richtig gut hier eine in die fresse geklatscht ja rüber männer hast du noch mal glück gehabt vorwärts rennt ulysse rennt junge wir müssen zusammen bleiben für tod und glorie angriff aber da sieht man wieder wenden zwei fraktionen recht gleich stark sind na dann ist es natürlich eine andere sache jetzt gegen andere zu kämpfen also hat nachgegeneinander zu kämpfen wenn die wirklich gleich stark sind wenn wir jetzt gegen kuhzeit kämpft kuhzeit ist echt so ein lappenverein muss ich leider zu sagen wieder üben werden jetzt den kampf verlieren zwar wahrscheinlich immer hier ein paar meter vor wo warten hier schon wieder alle hier ich sage so schön brav schön so bleiben schön hier ist auch nur die ja jetzt kommt die andere hälfte zwei stunden einfach später das wird jetzt ausmöglichen erkannt das wird ausmöglichen erkannt verfolgt mich doch nicht du dummer mullock ja das wird nicht ja genau warum jetzt bin ich schon wieder an dir geraten was ist denn mit dir los hast du steroide gefressen genau weich doch meinen schlag aus ja sind sie ja gestern wieder nicht so gut gelaufen hast mich doch eh ihr seid schon zu jungen wird also also heute ist echt der verlierertag kritisch 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 ja da ist meine aufnahme jetzt ausgegangen beziehungsweise ich habe ausgemacht haben cut gesetzt sozusagen oder wollte jetzt weiter drücken und habt vergessen darauf zu drücken ja wir haben ganz knapp gewonnen wirklich vier leute haben von uns überlebt nicht mehr leider wenn er brüste wie sie mag ja ok kam laurie männer bereit f1 f2 gut dann f3 f6 und ich würde sagen ab fort sollen wir ja ich bleib mal rechts bei dem haufen das seht ihr der 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 harry ist vorausgeritten und seine leute kommen fünf stunden später einfach attacke reiterkampf rei mit euch haha Wir sind leicht in Unterzahlung, aber das schaffen wir. Weg mit euch. Mäht sie alle nieder. Ich darf bloß nicht meine eigene. Dann ist alles gut. Ey. Ey. Weg mit ihr. Gut gemacht, Männer. Haut sie alle nieder. Aha. Au. Nimm mich doch nicht in die Fresse, ey. F1, F2. Komm mit, komm mit, komm mit. Die verfolgen mir hier. Ihre Kavallerie haben wir erfolgreich schon mal zerschlagen. Los, Männer. Gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht. Männer? Hallo. Oi. Alter, der hat meinen Bro kaputt gemacht. Ah, gut gemacht, Harry. Hat einfach meinen Bro kaputt gemacht. Die Sau, ey. Ja, genau. Haut ihn kaputt, ey, Männer. Ey, du, du bist mir jetzt hier einer. Ja, mein Bro auf. Voll in den Schritt. F1, F2. Kommt mit, Männer. Ich hab hier... Ey, ey. Bleibt ihr jetzt stehen? Kommt einfach mein Pferd. So was, so was, so was. Okay, den Reitersturm haben wir abgewehrt. Da rein darf ich nicht. Da rein darf ich nicht. Das ist zu gefährlich. Das ist zu gefährlich. Das ist zu gefährlich. Und ratet mal, wer drin ist. Angriff, Angriff, Angriff. Rein, 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 rein. In die Bogenschützen. In die Bogenschützen. Rein, in die Bogenschützen. Rein. Das war nicht gut, das war nicht gut. Alter, wo ist denn? Warum ist der hier oben? Macht keinerlei Sinn. Turmt einfach hier nach oben. Jungs. Aha, gut. Kam ihn in den Tod getrieben. Ja, gut, da hab ich nie mehr so viele Männer. Jetzt, ne? Ah, da schießt mich doch nicht an, Männer. Huh, das war knapp. Gut gemacht. Ich nehm hier den Punkt wieder ein. Hey, das war doch schon ein souveräner hier. Schönen Reiter an Sturm gemacht. Bin zwar jetzt nur hier alleine unterwegs, aber das ist eben das Geile an dieser Einheiten. Die sind immer, eigentlich, na? Die kann man zu allem gebrauchen. Ah, okay. Okay, dann muss ich direkt schießen, okay. Schießt, Männer. So, volle Karnertruf, Männer. Boah, ich muss... Scheiße. Erster Treffer gleich mal von Freunden. Gut, Männer. Äh, stellt euch mal jetzt hier hin. Au, 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 au. Schießt, ihr Armbrustschützen. Schießt. Feuert, feuert, feuert. Au, 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 au. Rückzug, keiner Rückzug. Zurück, 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 zurück. Zurück, zurück, zurück. Leicht zurückziehen, leicht zurückziehen. Cavalry vorlassen. Cavalry gut, gut, gut. Cavalry geht gut. Jetzt wieder hochstellen, 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 hochstellen. Dass wir schön von oben reinschießen können. Los, los, los. Feuern, 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 feuern. Ich kann nicht so gut treffen. Deswegen mache ich da jetzt noch nichts. Dafür... Oh. Habe ich mal einen eigenen jetzt getroffen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe jetzt nicht. Ich hoffe jetzt echt nicht. Na. Also ich kann gar nicht mehr mit denen umgehen. Früher ging es noch einigermaßen. Jetzt, äh, totales Chaos. Zurück, Männer. Zurück, Männer, Zurück, Männer, Zurück, Männer, Zurück, Männer, Zurück, Männer. Aha, ich habe mal starten, ja. Oh, nein, jetzt werden wir wieder genutzt. Hilf mir! Nein, nicht auch mich! Oh! Jungs, Jungs, heftig, heftig, heftig. Das läuft nicht so gut. Hilfe, Hilfe! Gut, er da so um auch dort. Wow, Matrix! Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Oh! Wieder fast neigt ihn getroffen. Ist ein bisschen blöd, dass man da nicht so... Huch! Zielen kann. Nein! Nur einmal, so. Weil sobald ich jetzt... Okay, so kann ich ein bisschen zielen. Muss echt gedrückt halten. Okay, die Hände sind ein bisschen verpackt. Aber ist ein bisschen, ist ein bisschen cringy. Aber habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt blockiere? Gut, ne? Okay, ich darf nicht wieder neu drauf drücken. Okay. Das sind... ...wirklich komische Waffen. Fast wieder der eigenen getroffen. Also, es läuft mir mehr. Boah, der hat sogar getroffen. Den wollte ich gar nicht treffen. Ich wollte ihn davor treffen. Wer hat das... Hä? Wie hat der mich... Hä? Von wo? Hat er mich jetzt hier durch das Haus erwischt? Also, ich kann mir jetzt vieles erzählen, aber... Das hat sich so angefühlt, als ob... Weil ich... Hä? Ah, das war knapp. Oder? Oder? Weee! Boah, wenigstens noch... Noch, noch, noch. Sieger, er hat nach Hause genommen. Ei, 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 ei. War nicht letzter. Mitte ist auch nur in Ordnung. Schön. Geil. Und ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Mir diese wunderschöne Folge Mount & Blade 2 Bannerlord. Und ja, es ist zweigetrag gelaufen heute. Q-Zeit haben hier richtig reingeschissen auf der neuen Map. Ja, ich weiß nicht. Q-Zeit ist wirklich... Entweder macht man voll auf Reiter, ne? Weil, weil... Na, Kämpfer, die können nichts bieten. Selbst wenn ich, wenn ich... Das da Müll, das da Müll, das da Müll. Dann die hier Müll, Müll und Müll. Die haben wenigstens... Ja, okay, die haben schwere Einheiten. Dann noch eine, wo derbe Schaden macht. Und halt eine leichte. Okay, sagt kein Mensch was. Hier auch. Schwere Einheit. Eine Einheit, die voll Schaden macht. Und leichte. Sagt auch kein Mensch was. Hier, schwere Einheit. Äh, mittelschwere Einheit. Schaden, äh, Schaden, die Einheit macht. Ja, nee. Einheit, die Schaden macht wie Sau. Und halt Billo, ne? Bei Sturga auch. Panzer. Einheit, die Schaden macht wie Sau. So ein Mittelkämpfer, ne? Äh, und halt so ein leichter. Dann die Q-Zeit. Hä? Klar, die haben ein paar mehr von denen, aber... Selbst die... Wenn ich die hab, 25 Pfeile. Was will ich mit 25 Pfeile in A stecken, oder wat? Bei Asrei, dasselbe. Schwerer Schaden. Okay, bei Asrei, die haben hier... Das sind hier die Mittelkämpfer. Und das sind hier die... Die Leichten, muss ich sagen. Aber dafür haben die halt, äh, hier die Malucken. Malucken und hier gute Veteranen und auch gute Bogenschützen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob... Das macht halt echt nicht so viel aus. Das ist das Problem. Naja, ist auf jeden Fall schade, aber... Drops dir noch ein Gefecht hier gewonnen. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.